Hi Freunde, Willkommen zu Roblox und wir spielen heute Baldi. So, in fünf Sekunden startet das Game. Ach, wir sind heute mal zu dritt. Trillinge. Okay, ich bin Lehrer. Cool. Now it's time for everybody's favorite subject. Meh. Answer the three questions correctly and you might get something special. Wir müssen kurz warten, bis sie ihren Quiz abgeschossen haben. Ich werde böse. Okay, ich muss sie jetzt fangen. War hier gerade jemand drin? Nö. Okay. Ich muss sie aber zum Anfang. Aha, da hinten. Die Türen werden mir abgebildet, wo die Leute sind. Also die Schüler. Okay. One, two, three, four. Tschüss. Okay, da ist der nächste. Ich bin aber nicht so schnell genug. Sieh unter. Nö. Okay, da hinten. Aber ich kann nicht so schnell laufen. Das ist ja das dummer. Aber wenn sie die Notenbücher, natürlich, Notizbücher meint ich. Wenn sie die alle abgeschlossen haben, dann werde ich schneller und schneller. Okay, das ist ja irgendwas. Okay, wo? Wo? Er war gerade hier. Okay. Okay, hier ist er wohl nicht. Und dann weiter. Ah. Da hinten. Ah, da ist er. Da ist er. Nein, nein, nein. Ey. Okay. Ich hatte ihn fast. Wo ist er? Da. Er hat ihn schon wieder in den Haftraum eingebracht. Okay. Nein, nein, nein. Da falle ich nicht drauf rein. Okay. Jetzt bin ich schneller als er. Und. Er hat aber noch Sprint. Das weiß ich. Und. Tschüss. So, jetzt noch einer. Wo ist der Letzte? Hey, hier ist er schon mal nicht. Was ist der Letzte? Wer ist denn der? Ah, da hinten. Komm her. Ist er da? Ja. Ich bin schneller als er. Ok. Ich bin schneller als er. Ok. Ok. Oh, jetzt. Und. Nein, er hat Sprint eingesetzt. Komm her. Und. Tschüss. Hab ich gewonnen? Ich habe gewonnen. Cool. Ja. Naja. Ey, geh weg. Ja, geh weg. Danke. Ja. So, Freunde. Und wie immer. Weil es euch gefallen hat. Gebt mal da hoch. Schreibt in den Kommentaren. Und abonniert den Kanal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.